Den allerschönsten guten Tag wünsche ich dir da draußen. Ich wollte ganz kurz zu euch kommen und zwar weil ich gerade gestern Abend noch ein Coaching geben durfte und mir wieder mal aufgefallen ist, wie wichtig es ist, dass wir wirklich verstehen, dass wir immer kreieren. Sei das bewusst oder aber auch unbewusst. Und was meine ich damit? Ich hatte gestern eine Kundin und es war so ein Aha-Moment für sie, als sie wirklich verstanden hatte, wirklich ganz tief in ihr drin, dass ihr jetziger Zustand, die aktuelle Situation, in der sie sich jetzt befindet, eigentlich ein Ergebnis ist von allem, was sie von sich gedacht und gefühlt hat. Und das ist genau das, was wir meinen, wenn wir von kreieren sprechen. Alles, was sie von sich denkt, die Gefühle, die sie für sich hat, die Gedanken und die Worte, die sie spricht, jeden Tag, die kreieren ihr ihr jetziges Leben. Und wenn wir das einmal wirklich verstanden haben, dass wir nicht einfach so ausgeliefert sind, den Situationen, von denen wir meinen, dass sie einfach so passieren, dann ist es möglich, dass wir verstehen, dass wir alle Co-Creator sind, dass wir Alchemisten, Schöpfer sind. Und wie wichtig das ist, dass man weiss, wie man bewusst kreiert. Denn wenn du das weisst, dann kannst du wirklich anfangen, dir dein Leben ins Höchste zu kreieren. Und genau das machen wir. Da beginnen wir jetzt wieder mit einem nächsten Zyklus im Oneness Rose Creation bei Patricia St. Clair. Da gibt es die Möglichkeit, dass du zu mir in den Circle kommst, dass du wirklich, ja, all diese Gesetzmässigkeiten, die du anwenden darfst und vor allem aber auch alles, was du weglassen musst, nämlich genauso wichtig, dass du das trainieren darfst oder kannst. Und die andere Möglichkeit ist der Oneness Rose Creation Coach. Das ist eine unglaubliche Ausbildung. Damals für mich ein wirklich ein Game Changer. Da habe ich mir die schönsten Dinge kreiert. Und ja, das ist eine unglaubliche Ausbildung. Das ist ein Invest in dich, weil dort bekommst du noch Frequenzen noch mehr dazu. Du bist auch nachher befähigt, mit deinem Zertifikat, ja, selber mit Kunden zu trainieren. Aber das ist nochmals so eine höhere Schwingung als nur im Circle. Das ist wirklich in den vier, fünf Wochen, die du da mit mir als deine Ausbildnerin trainieren darfst. Und die Frequenzen, die du dabei erhältst, das ist einfach nicht von dieser Welt. Und ich freue mich, ich setze dir die Links darunter, wenn du Lust hast, wenn du vibrierst und wenn du, ja, wenn ich von vibrieren spreche, wenn du wirklich erleben möchtest, wie es ist, wenn du diese eigene Body Vibration erzeugen kannst. Und wie du darin beginnst, deine Herzenswünsche, deine Seelenwünsche wirklich Realität werden zu lassen. Genau, ich freue mich und ich wünsche dir den allerschätzten Tag heute wieder. Macht's gut!